Noch nicht verfügbar, noch nicht verfügbar, okay. Ah, die kommt, jeden Tag kommt einer. Okay. So, wir müssen grad mal gucken. Da werden eine Herausforderung starten, okay. Und die haben wir auch schon gekämpft. Wir haben einen Sieg innerhalb von fünf Runden, versuchen wir's. Haben wir's letztes Mal nicht geschafft. Wir fangen mit Fischl an. Wir wechseln dann zu Diluc, wegen dem Elementarschaden. Okay. Fünf Runden, das heißt fünf Ziehungen. So, Ulti wird gemacht, gut, Ulti wird gezündet jetzt. Das ist so strong, Leute, das ist so strong. So, das ist so strong. So, wo finden wir uns denn jetzt? Befinden wir uns jetzt schon in Runde drei oder in Runde zwei? Wir haben jetzt zweimal gewürfelt, ne? So, das ist so strong. Wo? Ne, ne? Das hier? Ich will jetzt gleich down gehen. Okay, wir holen das Maximum an und fischen noch raus. Dann wechseln wir zu Diluc. Gar kein Problem. Okay, der macht extrem viel Damage. Na, einen angreifen noch, dann ist er down, oder? Feuer, Leute, Feuer. Das ist ein Rotz. Tschüss. Aber jetzt kommt der Angriff. Sollte gepasst haben mit fünf Runden, ne? Ja. Perfekt. 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 Perfekt.